Wir machen das, über die Brücke oder unter der Brücke durchgehen? Unter der Brücke gehen wir nicht so. Weißt du, das ist mein Weg. Ja, aber er hat ja gesagt, dass sein Plan die ganze Zeit immer funktioniert hat. Ja, du, das ist jetzt halt die Entscheidung. Nein, es funktioniert beides. Es ist einfach bloß die Entscheidung, wofür entscheiden wir uns. Das wird es öfters geben. Es gibt zwei Möglichkeiten. Es gibt die von Winster, es gibt die von Leo. Im Endeffekt funktionieren beide. Aber, ne? Weil ansonsten würde das... ...kletter halt die Leiter wieder hoch. Ansonsten würde das Spiel jetzt nicht vorschlagen, aber halt, ne? Ist die Frage, geben wir den Sneaky Weg und laufen runter durch? Oder gehen wir voll auf, oder was Leo's Weg gewesen wäre, voll auf Rambo-Taktik, den Polizeiwagen klauen und abhauen? Ja, schau nicht, Leo. Das wären die unterschiedlichen Taktiken, die wir sehen. Funktionieren tut beides. Ansonsten würde das Spiel nicht die beiden Wege vorschlagen, wenn einer einfach nicht funktionieren würde. Bloß was Vincent sagt, ist vielleicht die rational sinnvollere Entscheidung. Ne? 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 Hm... Ne? 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 Okay, ich bin bereit. Lass uns das machen. Ja, lass uns tanzen, Baby. Verdammt, es ist geschlossen. Lass uns sehen, ob wir hier irgendetwas tun können, um es öffnen zu lassen. Das ist der Weg raus. Wir sollten diesen geschlossen werden. Vielleicht wird einiges von Tool den Weg machen. Ich bin bereit. Ich bin bereit. Okay. Ich steh dich auf, du. Komm her. Nein, du brauchst mich noch. Du kannst mich nicht überstecken. Entschuldigung, lieber meine Frage. Nein. Ob sie schmeißt die Axt einfach weg, die sie brauchen können? Äh, nein. Die war nur für dieses ist ein Story-Element. Richtig, die Axt. Scheiße. Scheiße. Es ist ein Händler. Warte. Wir müssen noch einen anderen Weg finden. Dieser Mann wird uns sparen. Lass uns keine Chance mit diesem Mann nehmen. Es muss noch einen anderen Weg passen. Wir müssen ihn ausmachen. Ich wollte gerade sagen, die reden noch über einen anderen Weg. Aber ja, die würden uns sehen. Aber so, suchen wir uns einen anderen Weg. Komm her. Warte. Okay. Warum legt der ihn mal schlafen, dann haben wir einen anderen Weg gefunden. Guck mal, was hier eine schöne Weste anhat. Oh. Oh. Ah ok, also es macht keinen Unterschied. Es macht keinen Unterschied. Es macht keinen Unterschied, ob wir oben oder unten rumgegangen wären. Die Hunde verfolgen so oder so. Aber an diese Szene erinnere ich mich. Die hätten ja auch verfolgt, wenn oben rumgegangen wären. Ich glaube, ich sehe einen Kliff auf meiner Hand. Hör auf! Ich liebe die Hunde! Hast du gesehen, wie er die Hunde erst mal weggetrunken hat? Ohohohohohoho. Ganz impotal. Was soll man sonst in der Situation machen? Du musst ihr Tee halten, sonst falle ich ins Wasser. Wie romantisch, ne? Wie wir beide da aufeinander zugesprungen kommen und die Hunde ausstärken. Wie stehen die beiden Hunde da? Hätten sie fast gehabt? Nee. Nicht. Mich haben sie nicht mal... Nein, sie haben gesagt, wir hätten sie fast gehabt. Ich dachte gerade, das wäre ein Kondom. Ja, ist es auch. Ja, ist es auch. Das ist ein Kondom. So, mit Spaß. ARABA! Die Hauer, so viel Geld gegen die Böne! Ja! Ich scheich's! Hey! Hey! Just tell him! This is the deal! You either take it, or no! Ich glaube, das da ist Harvey. Der mit dem Ring. Der da, ne? Ja, der... Mensch, ich glaube, das ist Harvey. Oder... Nicht die Araber-Konisse. Nein, die Araber nicht. Der, der dem verkaufen will, war, glaube ich, Harvey. Ja, guck, das ist Harvey. Er hat ihm doch auch gerade Harvey genannt. Jetzt erzählt er ihm, dass wir beide ausgebrochen sind. Schau! Take the deal, or stop wasting my time. Okay? Ja. Was ist passiert? Ja, du bist aus der Prise. Was? Du hast gerade den Kondom. 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 Gut für nichts, piece of shit. Sorry, Boss. Wir müssen die Kondom. Okay? Ja, aber ich bin nicht sicher, dass die Männer, die wir haben, haben... Ich bin nicht mein Problem. Du hast gerade den Kondom. Du hast gerade den Kondom. Du hast gerade den Kondom. Ich bin nicht die Kondom. Du hast gerade den Kondom. Ja, Boss. Also, du hast entschieden? Ja. Ja. Du hast die Kondom. Okay. Okay. Keine Kondom. Mit dem möchte ich mal Geschäfte machen, ne? Das bin gerade das Bier der Gerechten. Guck... Da steht ein... 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 Da sind wir wieder. So, jetzt bringt ihr das richtige Spiel, jetzt kommt's. Assassin's Creed! Die, äh, äh, Prison! Ne? Ich weiß schon, wie du den Titel und Fan nennen wirst. Schaffen wir es auszubrechen? Oder irgendwie so, wenn man das Spiel kennt, weiß man ja, was man es schafft auszubrechen. Ja, wohl eher Leon und Joker, die wir flächen endgültig aus dem Knast aus. Ah, Mann, ich sterbe für einen Burger. Ach, ich lasse dir einen Burger-Jointe finden. Ja, du machst das. Weißt du, wie konntest du irgendwas tippen gerade? Kannst du auch vielleicht hochklettern? Guck, du kannst hier hochklettern. Ja, um da wieder runter zu gehen. Elio, Elio, hilf mir aus! Ich glaub, ich glaub, wir können noch nicht ohne einander leben. Du musst mir mal kurz helfen, diesen Baum aufzuheben. Ganz mal aufhänder, endlich hin und her zu gehen. Hier unten, wo ich bin, geht's weiter. Hey, hilf mir aus! Hey, hilf mir aus hier! Ja, du musst einfach weiter runter. Immer weiter runter. Immer weiter runter. Du musst einfach dem Weg immer weiter runter folgen. Hättest du einfach nicht im Kreis laufen. Du hast es? Ja, ich habe es! Bumm! Dieser unnötigste Weg von ein, anstatt einfach rüber zu kehren. Warte, warte. Willst du? Da ist ein Camp unten. Ja, ja. Aber es sieht leer aus. Ja, du bist wahrscheinlich richtig. Lass uns das raus. Lass uns das raus. Vielleicht ist es etwas, was da essen. Okay? 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 Oh, was ist denn eine schöne E-Tüdel? Du hast ein Camping, Vincent? Ein paar Mal, als ich ein Kind war. Aber du warst mein Vater? Nein, mein Vater eigentlich. Und du liebst das? Ja. Wer will zu Hause auf dem kalten Park im Ramm? Und du hast einen perfekt guten Tag. Ja, hier wird ein Fisch fangen. Das wird witzig. Das wird toll. Das ist ein Abenteuer mit Vincent und Leo. Warte, ich treffe sie zu dir. 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 Das ist alles. Das ist alles. Das ist die Sache. Warte, ich treffe sie zu dir. Warte, ich treffe sie zu dir. Hey, ihr sollt ja rüber gehen, ihr Pisser. Bist du an ihn vorbeigelaufen? Na ja, wenn du dich willst, dann gehe ich an Feuer anfangen. Alleine wirst du kein Fisch machen können. Welche Tasten musst du denn überhaupt drücken? Hast du lernen? Ach, genau! Ich muss ein bisschen Feuer bekommen. Ich muss ein bisschen Feuer bekommen. Ich muss ein bisschen Feuer picken. Ich confirme ich bin ein bisschen. Ich werde etwas mehr Diamonds benötigen. Ich werde fein etwas mehr Diamonds benötigen. Ich werde ein bisschen auch angewiesen haben. Ich werde etwasиклycz standen. So, soll ich dir jetzt zeigen, wie man einen Fisch fängt? Ich brauche etwas mehr Holz für den Feuer. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Wir brauchen etwas mehr Holz für den Feuer. Ja klar, da musst du Feuerholz sammeln, Junge. Leg ihn doch mal kurz hin. Der Fisch schmeckt zwar nicht mehr, wenn du ihn in den Dreck legst, aber guck, du kannst ja auch einschnitzen, um was zu machen. Vor allem, ich habe den Fisch jetzt einfach in den Dreck gelegt. Der schmeckt bestimmt gut nachher, ne? Und damit musst du jetzt einfach versuchen, in der Nähe der Fische RT zu drücken. Guck mal, der Fisch ist gut, ne? Ich habe den ins Feuer gelegt. Hätte ich mal in den Dreck gelegt. So, jetzt werde ich mal ein bisschen blasen, ne? Guck mal, hat funktioniert. Ich habe geblasen. Du, 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 du. Entschuldigung. Müssen wir in der Nähe der Fische mit RT an aufspießen. Leg ihn einfach wieder hin. Er hat den Fisch einfach wieder hingelegt. Na, ich krieg den nicht gefangen. Du kriegst den gefangen, ich hab's auch hinbekommen. Warte, komm von der. Komm von der Seite, ich komm von der. Ich spieß aber noch einen auf, nur um zu flexen. Guck, du hast es doch. Siehste mal, so schwer ist das gar nicht. So, komm, jetzt lass uns ans Feuer setzen und einen Fisch braten. Komm her. Ansonsten geht die Sequenz nicht weiter. Kann man den Fisch nicht vor dir essen. So schwer war das doch gar nicht, ne? Ich finde es auch toll, dass er einfach ein T-Shirt an hat und er noch mit seinem Gefängnis-Vertruppe rumlauft, ne? Aber es ist nicht wie wir hier haben, wir haben vieles選n. Kann ich auch nicht mit dem, was ich aufhörte, mit dem Lauf? Ja. Was hast du denn? Was hast du denn? Was hast du denn? Ich bin doch auch. Ich bin doch auch. Ja, sicher bist du. Was ist die Familie? Hast du denn? Ja. Eine Wund. Ich hoffe. Du? Ich bin auch. Ich bin auch. Ich bin ein Kind. Alex. Und so schön Deutsch auszusprechen, ne? Alex. Ja, und so schön Deutsch auszusprechen, Alex. Ein aus meiner Klasse als Alex. Mach mit ihm einmal andere, Junge. Ich verliere jedes Mal. Oh. Aber er ist auch viel größer als ich. Wir werden Young Harvey gemeinsam machen, okay? Vincent. Du musst jetzt wissen, was zwischen mir und Harvey abgelaufen ist. Okay. Ich erzähl's dir. Sehr gut. Na schön. Ich war ein ganz normaler Mann mit einem Job bei der Bahn. Und ein Tag, mein Bruder bringt in einen neuen Klienten. Harvey. Lass mich sagen, Geld entstanden. Ja. Geld war leicht. Aber Harvey hat einfach immer mehr nachgeschoben und ich konnte es nicht haben. Es war zu riskant. Das ist so, dass ich ihm auswählen wollte. Er hat meinen Bruder getötet. Als Warnung. Nachdem bin ich es verloren. Ich wollte ihn umbringen, aber seine Mom war eine Buche. Er hat das alles an mich. Ich wurde für den Mörder meines eigenen Bruders verurteilt. Das ist verdammt schwer, Mann. Ja. 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 Entschuldigung. Was hat Leo gesagt? Es ist verdammt schwer. Also, äh, was ist deine Geschichte mit Harvey? Er war... Hat er nur gekürzt, Jo? Aber das ist sicher. Es ist kurz zu erklären. Ich bin im Knast für den Mord an meinem eigenen Bruder. Weil mein Bruder hat Harvey... Ich hab's ein bisschen witziger erzählt. Harvey hat im Endeffekt... Ich hab in der Bank gearbeitet. Mein Bruder hat Harvey angeschleppt zur Geldwäsche. Der wollte immer und immer mehr. Mir ist in meinem Kopf gewachsen. Ich wollte nicht mehr. Und als Warnung für mich hat Harvey dann meinen eigenen Bruder umgebracht. Na? Und dann bin ich durchgedreht und dann hat Harvey... Ich werde das Wort wohl die Beleidigung, die er gesagt hat, jetzt nicht wiederholen. Hat dann den Mord mir angehängt. Das ist meine Story. Und jetzt will Leo erzählen, was zwischen ihm und Harvey vorgefallen ist. Wir werden... Wir werden... Warte... Hörst du das? Oh, Scheiße. Aber eigentlich haben wir ja schon gelesen, was passiert ist. Wir müssen einen Bewegung. Ah! Meine verdammte Füße! Ich habe es einfach. Ich habe es einfach. Ich habe es einfach. Der Karabrikweiss ist fehlgeschlagen und Harvey ist deswegen auf die Sauer, ne? Ne. Ah!